Mitarbeiter einer Ausländerbehörde packt aus. Laut ihm sind Abschiebungen so gut wie unmöglich, dank dem entsprechenden Gesetz der Ampel dazu. Ja, wenn Scholz sagt, unsere Maßnahmen wirken, dann wissen wir jetzt, wie das genau gemeint ist. Das Gesetz zur Abschiebung der Ampel verhindert, dass Abschiebungen überhaupt möglich sind. Beziehungsweise nur extrem erschwerend. Sprich, dass die Kriminalitätsstatistik nach oben geht und immer noch absurdere Gewalttaten passieren, haben wir unserer ach so schönen Ampelregierung zu verdanken. Ja, wer freut sich da nicht, die richtigen, echten, guten Demokraten geweht zu haben? FDP, SPD und Grüne. Ja, die Bevölkerung ist da so glücklich damit, dass sie in einer letzten Umfrage zu 0% die Ampel noch wollte. Okay, das könnte jetzt natürlich ein Grund sein, dass man sagt, Neuwahlen, aber nein, Scholz sieht das anders. Scholz meinte hierzu im Sommerinterview vom ZDF, das ist doch ein kleines Oppositionsideechen, dass man mal immer so alle drei Wochen dieses Wort sagt. Ja, der Kanzler sitzt fest im 0%-Sattel. Und ja, tatsächlich rechnet er auch wirklich mit einer zweiten Amtszeit. Und ja, ich muss sagen, ich rechne fest damit, dass Scholz schon wieder vergessen hat, wie schlecht die Umfragewerte sind. So wie er sicherlich auch vergessen hat, was das nette kleine Ampelgesetzchen bewirkt. Zum Thema Abschiebung. Denn laut des Mitarbeiters im Ausländeramt für Nordrhein-Westfalen, der übrigens 17 Jahre lang schon den Kram macht, ist es, Zitat, so gut wie unmöglich. Ja, Abschieben ist so gut wie unmöglich. Ja, da freut sich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, wenn man hört, unmöglich. Besondere Schuld sieht der Mitarbeiter bei der Ampelregierung, die das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht eingeführt hat. Der Beamte nennt dieses Gesetz aber Bleibeparagraf. Genauer gesagt ist es der Paragraf 104c, der seit 2022 in Kraft getreten ist. Zum Stichtag 31.10.2022 bekommen Flüchtlinge, die bereits fünf Jahre eine Duldung haben, für 18 Monate ein Aufenthaltsrecht. Und dann ein langfristiges Bleiberecht. Ja, der Staat muss nur fünf Jahre Dauer versagen und schon bekommst du als Flüchtling einen Versagensbonus. Damit der Staat noch länger und einfacher versagen kann. Und selbst bei einer Abschiebung gilt das. Oder wie das im Beamtendeutsch heißt, die Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen ist kein Versagensgrund für eine Aufenthaltserlaubnis. Sprich, abschiebepflichtige Leute kriegen automatisch ein Bleiberecht. Was ja völlig absurd ist. Laut Ampel ist das übrigens eingeführt worden, um den Leuten eine bessere Chance zu geben auf Arbeit. Ja, wer es innerhalb von fünf Jahren nicht geschafft hat, in Deutschland einen Job zu finden und die deutsche Sprache zu lernen, tja, da ist natürlich das Integrationsversagen Deutschlands dran schuld. Und deswegen muss man den noch länger hier lassen. Und das, obwohl er nicht mein Recht drauf hat, hier zu bleiben. Zwar ist es auch so, dass dieses Chancen-Aufenthaltsrecht nur dann gilt, wenn der Asylsuchende nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde. Aber der Mitarbeiter meint, in der Praxis sieht das ganz anders aus. Denn wer nicht mehr als 90 Tagessätze in der Verurteilung hat, der gilt in Deutschland als nicht vorbestraft. Und da wir ja schon oft gesehen haben, dass es absurd milde Urteile gibt bezüglich Straftäter mit Immigrationshintergrund. Ich erinnere nur an das skandalöse Hamburger Urteil. Was letztendlich bedeutet, dass massenhaft Kriminelle und Gewalttäter hier bleiben dürfen, weil man das jetzt gar nicht so schlimm findet, was die gemacht haben. Und so erklären sich auch die ewig langen Listen an Straftaten und nichts passiert. Und wir dürfen an der Stelle ja nicht vergessen, der Staat braucht immer ziemlich lange, bis er mehr ermittelt hat, die Polizei alles rausgekriegt hat, dass bei der Staatsanwaltschaft gelandet ist, dann vor Gericht, dann verhandelt wird, Termin verschoben, bla 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 bla. Also bis es mal zu einer Verurteilung kommt, da vergeht einiges an Zeit. Im besten Fall nur mehrere Monate, im Normalfall mindestens ein Jahr und länger. Obendrauf kommt hier noch, dass wenn solche Leute in Deutschland Angehörige haben, dann sind Abschiebungen auch nahezu ausgeschlossen laut des Mitarbeiters. Denn Familien darf man ja nicht trennen. Ganz besonders Eltern nicht von ihren Kindern. Und diesbezüglich gibt es ja auch genug Taten, wo das so ist, wo halt Straftäter mit ewig langer Liste Familie hier in Deutschland haben und ja, die bleiben und bleiben und bleiben. Sprich, wenn die Eltern kriminell sind und die Kinder nicht, bleiben sie hier. Oder wenn die Kinder kriminell sind und die Eltern nicht, dann bleiben sie auch hier. Genial, oder? Übrigens sind für dieses Aufenthaltsrecht auch grundlegende Deutschkenntnisse Voraussetzung. Ob diese Sprachkenntnisse vorhanden sind, wird mit einem Test belegt, der 310 einfache Fragen hat. 96,4% der Teilnehmer schaffen das problemlos. Und warum? Weil man den Test so oft wiederholen darf, wie man will. Da wird sich der eine oder andere sagen, tja, da kann auch mein Hund oder meine Katze oder mein Vogel Deutsch. Also das ist natürlich kein Problem, so kann jeder Deutsch. Ich meine, kennt ja jeder von der Arbeit diese nervigen Tests, die man alljährlich einmal durchklicken muss. Die man aber im Normalfall nicht einfach durchklicken kann. Eine weitere Voraussetzung, die erfüllt werden muss, ist das sogenannte Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das in 19 Sprachen als Vordruck vorliegt und man muss das nur noch unterschreiben. Ja, wie bei so einer Windows-Installation oder bei Android, wenn man ein neues Handy hat. Ja, einfach immer auf ja, ja und weiter, weiter. Hoffentlich ist der Käse schnell vorbei. Das Sahnehäubchen der ganzen Geschichte ist laut dieses Mitarbeiters, dass die Beamten gezwungen sind, den Asylbewerbern den Paragraf 104c vorzulegen. Was laut des Mitarbeiters quasi praktisch ein Bitten darum ist, dass der Asylbewerber Deutschland verlässt, auch wenn eigentlich abgelehnt wurde. Was dann dazu führt, dass dann doch wieder zugunsten des Asylbewerbers entschieden wird, dass er bleiben kann. Der Mitarbeiter vermutet, dass diese Praxis deswegen gemacht wurde, um halt die Statistiken zu schönen. Damit also so aus illegalen Immigranten einfach Legale werden. Mit diesem Trick sollen wohl Pima Daum um die 70.000 Illegale zu Legalen erklärt worden sein. Wobei sich das natürlich nicht so genau nachweisen lässt, es könnten auch wesentlich mehr sein. Weil die Wahrheit tischt uns die Regierung natürlich nicht auf. So einen ähnlichen Trick macht man ja auch schon seit Ewigkeiten mit den Arbeitslosen, dass die Leute, die in irgendwelchen Maßnahmen sind oder einmal in der Woche zwei Stunden arbeiten gehen oder was auch immer, eben nicht mal als Arbeitslose gewertet werden, sondern die arbeiten ja quasi praktisch. Wodurch Pima Daum immer so um die eine Million Arbeitslose irgendwie durch Zauberhand Arbeitende werde. Ja, die Zauberhand der Regierung und ihre Zahlenspielereien. Absichtlicher Betrug, Korruption und Fälschung? Nein, das ist das nicht. Nein, woher sollten sie das wissen? Das konnten wir ja gar nicht wissen. Das haben wir nicht gewusst. Denn die Regierung macht ja immer alles richtig. Warum? Na, weil sie Demokraten sind. Okay, es gibt jetzt auch keine Prüfung, die feststellt, ob jemand wirklich ein Demokrat ist oder nicht. Das heißt, zum Demokraten kann man sich selbst ernennen. Ja, da braucht man nicht mal einen Test, den man x-beliebig durchklicken kann. Außer man ist einer von der AfD. Ich erinnere da an Robert Sesselmann, der so einen Test gemacht hat. Ob Scholz, Baerbock, Habeck, Ricarda Lang und so weiter und so fort so einen Test jemals gemacht haben, man weiß es nicht. Und ob es jetzt demokratisch ist, per Gesetz an Statistiken und Zahlen rumzufuschen und rumzufuhrwerken, ja, das kann man jetzt so nicht sagen, nein. Bestimmt auch alles ein Oppositionsideechin. Als Fazit bleibt ja also übrig, das, was die Ampel hier gemacht hat, ist ein Gesetz zu erlassen, das gezielt Kriminelle ansiedelt in Deutschland und verhindert, dass man die wieder los wird, mit der absurden Behauptung, denen eine Chance zu geben, dass die Arbeit finden. Aber hey, kriminell sein ist doch keine Arbeit, oder doch? Naja, wir dürfen ja nicht vergessen, die FDP will oder wollte illegales Glücksspiel entkriminalisieren, wie ja auch hier dieses grünkrautige Zeug entkriminalisiert wurde. Und ja, illegales Glücksspiel, das sollte einfach nur eine Ordnungswidrigkeit werden, damit eben die organisierte Kriminalität da nicht mehr so viel mit der Polizei zu tun hat, weil es ist ja lästig, die armen Polizeileute und die arme organisierte Kriminalität, ja, das ist doch unnötig. Ja, okay, durch illegales Glücksspiel werden natürlich auch andere kriminelle Aktivitäten finanziert, aber ja, da kann man doch mal ein Auge zudrücken, oder? Na, jedenfalls sehen wir, dass die Ampelregierung aktiv Deutschland zu einem unsicheren Ort macht, was ja auch die Zahlen der Kriminalitätsstatistik belegen, während man die Leute, die Kritik daran üben, zu Rassisten erklärt und sagt, nein, das hat mit der Herkunft nichts zu tun, das liegt nur daran, dass diese Leute jung und arm sind. So nach dem Prinzip, jeder, der arm ist und jeder, der jung ist, ist automatisch ein Krimineller. Aber naja, wie wir ja von Scholz schon gehört haben, man muss jetzt einfach nur den Leuten gut erklären, wie gut die eigene Politik ist und dann kann man sich schon wieder mal darauf vorbereiten, wiedergewählt zu werden, um dann die sichere zweite Amtszeit zu beginnen. In diesem Sinne, ich freue mich auf ein Land, das jünger, religiöser und bunter wird. Einfach mal vier Jahre weiter so und wir schaffen es und sind erfolgreich ein dritter Weltland. In diesem Sinne, die letzten werden die ersten sein.